das ist jetzt außerdem heiß räuchern nicht kalt räuchern kalt räuchern mache ich nur im winter der schrank den machen wir jetzt zu danke noch mal an eigentum der bayerischen wasserkraftwerke ag die firma gibt es schon lange nicht mehr und unten mache ich jetzt erstmal ein feuerchen da darf ruhig ein bisschen hitze sein dann wird hier der die sägespäne die werden dann anfangen zu glimmen und das ist außerdem was ganz edles kirche unten kann man dann auch zu machen das reguliert dann so ein bisschen die sauerstoffzufuhr aber das machen wir dann in ein paar minuten